Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Mhm. Glaubst du es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, dass wir... Hm. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Aha. Ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Ach komm. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Mann ey. Gut, dann senke ich eben die Decke. Komm runter damit. Brav. Geh doch. Danke. Endlich. Äh. So. Ähm. Ja. Was haben wir denn hier? Schönes. Hm. Ach. Warte mal. Ne, ich muss es da auf. So. Danke. Zack. Boah, war das knapp. Hm. Da sind die Koop-Dinger echt schwerer, finde ich. Das ist echt so. Autsch. Zack. Kann ich von da oben auch aktiv werden, alles klar. Alles klar. Und, weiter geht's. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Danke. Tominus. So. Geschafft. Aber mit fetter Adler, das kann ich aus dem Koop schon. Jetzt habe ich das zum zweiten Mal gehört. Mann ey. Gemein. Aber wie gesagt, das Spiel bringt so einen Park. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Mhm. Wie gesagt, das ist ganz geil, das Spiel und könnt ihr euch ja auch reinig bei Steam kaufen. Ich habe mir das im Angebot gekauft. Äh. Ähm. Zack. Und. Och, nö. Toll. Toll. Toll, toll, toll. Also dick bin ich doch gar nicht. Toll. Ähm. So. Geht also so nicht, oder was sagst du? Ne. Scheiße. Oh Mann ey. Gleich wieder runtergefallen. Okay, da ist eine Wand, da kann ich gegen jagen. Was haben wir denn hier? Okay. Äh. Was haben wir denn da überall? Och. Ich bin so blind, echt, ne? Ich bin so blind, kann auch möglich sein. Wie soll ich denn da rüber kommen? Warte mal. Ne, da war keine weißen Wand. Ne. Ne. Hä? Will ich mich verarschen? Zack. Ich bin so theyAllen. Ich bin so blind, ich bin so blind, aber ja. Ja. Entschuldigung. Ich bin so blind, ich bin so blind, ich bin so blind, ich bin so blind, ich bin so blind. ach guck mal einen an man kann da ja hintergehen ok shit ey was ist das jetzt ich komme nicht weiter und ich bin gerade einfach nur zu doof dazu ok ich wollte schon sagen aber ist ja keine was haben wir da nix rein gar nix wenn ich das weiter oben setzt kann ich dann rüberfliegen flieg und sie und dann geht das mit einmal danke wofür ist da kann mir das von jemand sagen zack aber wahrscheinlich nur zum blockieren ach toll ich stand da gar nicht drauf so wie soll ich da jetzt gegen springen ach der fliegt weiter ja stimmt toll ich habe da ja noch ein loch da war ja was ähm nein toll so zack hoi 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 doong ach guck mal einen an äh was haben wir da was haben wir da ach ein spiegelwürfel aha hi muss ich wohl wieder runter ne hm und stöcke tiefer so so okay den wir da nehmen wir mal weg dann geht das wieder hoch dann habe ich das ach das blaue okay äh so den nehmen wir da mal mit ich glaube ich hätte das gar nicht machen brauchen mit der wand da was ich gemacht habe äh und flieg sag ich ja ui geschafft test bestanden ich habe heute kein reh gesehen aber menschen aber mit dir hier habe ich mehr test subjekte als ich brauche ist klar um mich zu nerven mehr brauchst du ja nicht lalalalalala lalalala wie hoch geht das eigentlich noch naja ich bin ja auch tiefgefallen ne äh was haben wir denn hier das ah die wege sind jetzt dabei okay diese brücken bestehen aus natürlichem licht von der oberfläche wow wenn du deine wanne daran reibst fühlt es sich an als würde dir die sonne ins gesicht scheinen es würde auch dein haar in brand setzen also lass es lieber du bist so doof du bist so doof tu halt echt äh hm ja ja was haben wir hier da öffnet der okay ich muss hier runter so geht's auch tja boing ach guck mal einen an ich stirb und gestorben ich bin gestorben shit ich bin gestorben ja komm musste das ja mal passieren scheiße diese brücken bestehen aus natürlichem licht von der oberfläche wenn du deine wanne daran reibst fühlt es sich an als würde dir die sonne ins gesicht scheinen es würde auch dein haar in brand setzen also lass es lieber laber nicht ey wie soll ich das denn jetzt machen da konnte ich nicht durchschießen nur obwohl ja sack sack ok jetzt bin ich wieder hier auch scheiße wie soll ich das denn jetzt machen ich brauche ja den würfel obwohl wie lange dauert das denn bis der würfel kommt geht schnell ne ja der kommt schnell ja der kommt schnell ok man ey ach ja cool das ding ist dauer aktiv naja hätte man auch früher drauf kommen können ja ja zack ups und komm wer fehlt zack na geht auch ich bin doch super und schlecht bin ich doch gar nicht ach ja eigenlob dann muss ich da runter wieder uah